Ich muss einmal sagen, wir haben über Jahrzehnte oder Jahrhunderte mit Verlagen gut kooperiert. Uns geht es darum, dass es gute Verlage gibt, dass die Verlage auch Geld verdrinnen, dass Verlage eben Literatur publizieren können, die wertvoll ist. Das ist auch im Sinne der Bibliotheken, da wollen wir Verlage unterstützen. Wir wollen aber auf der anderen Seite faire Konditionen der Verlage, dass wir diese Bücher auch zur Bevölkerung bringen. Das sehen wir zurzeit gefährdet und wir sehen auch manche unwillige Verlage in diesem Feld. Das ist natürlich nicht der Sinn einer guten Partnerschaft.